Bist du tot? So, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von Half-Life Alyx Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt einfach ins Geschehen Wir haben vorher einige Sachen erlebt Unser Vater wurde entführt und so weiter und so fort Und unsere Aufgabe ist es jetzt, unseren Vater zu befreien Russell hat uns ein paar schicke neue Handschuhe gegeben und auch eine Pistol Wir haben ein Multifunktionswerkzeug, damit kann man Shit machen Und die ersten Headcrap-Zombies sind erschienen Und nun geht es weiter Soviel mal zu der Zusammenfassung vom ersten Part Okay, let's go Diesmal habe ich jetzt auch aufgepasst, dass die Maus da weg ist Und so, das heißt, ihr könnt jetzt das ohne Maus sehen Ich hoffe, es gefällt euch Also, es ist schon tausendmal besser, sagen wir es mal so Ich habe noch versucht, ein paar andere Einstellungen zu ändern Weil mir ist aufgefallen, bei dem Footage Ihr seht nämlich, wenn ich jetzt mein linkes Auge zumache Seht ihr hier bei Zuschauer Steht ja hier, dass ihr jetzt gerade nur das Footage quasi vom rechten Auge seht Und was mich persönlich jetzt auch ein bisschen stört, ist auch, dass das Footage, also das Gameplay Auch ein bisschen reingezoomt ist und so Aber ich glaube, dass man dann reinzoomen hat Werf sich wahrscheinlich so gedacht Damit, ähm, Dings Damit man links und rechts nicht diese schwarzen Ränder und so sehen kann Die dann auch plöppen und so Und deswegen, ja Ich habe mal geguckt, ob ich das irgendwie umgehen kann und so Und mir ist aufgefallen, ich kann es nämlich nicht Und deswegen, äh, ja Zocken wir das jetzt einfach mal so Wie es einfach hier in den Einstellungen schon vorab eingestellt war So So, wir sind jetzt hier stehen geblieben Wie ihr vielleicht schon wisst, ne Für die Leute, die sich den ersten Part nicht angeguckt haben, ehrenlos Okay Ich weiß gar nicht, wo ich, wo gerade die Kamera ist Stehe ich überhaupt richtig? So Lange Rede, kurzer Sinn Es geht jetzt weiter Also Leute Warte Dope Let's do this Okay, let's go Äh, wir sind jetzt Ich habe ja hier das letzte Mal gespeichert Und Wow Oh Können wir nicht lieber Oh Warte, ich möchte gucken, was da ist Guck mal, was ist das? Was will ich haben? Oh 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 Oh, noch ein Stück Komm her Ja Oh Nein Du Stück Scheiße Gib zurück Der Pistole hat das Hat das einfach Hat das Hat einfach Nofax giving gegeben Und Hat es einfach mitgenommen Dieser kleine Schislek Mein Gott So, jetzt ist die Frage Kann ich die Nein, ich kann nicht die Steine nehmen Kann ich hier irgendwas nehmen Mit der Macht Nein, kann ich nicht Yo, Booty Nimm mal Gönn dir Ja, so ist es auf Wie, es schmeckt dir nicht Okay, so Ich glaube, hier ist nichts Oh, warte, da ist was Da ist was Oh mein Gott Ich, ich hab dich Fast nicht gesehen Geh mal kaputt Dankeschön Komm mal her Nehme ich mit Okay, komm, let's go Oh Okay, das ist Das ist zu verwirrend für mein Gehirn gerade Gott, ich sollte aufpassen Okay Ah Perfekt So kann ich es schnell umswitchen Wie, ich darf hier nicht rein Zack 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 Also ich sehe hier keine Barrikade Ich kann hier durch Erstmal Licht anschalten Kann ich nicht Ich sehe Munition Boah Das ist so ekelhaft Ihhh Was war das? I see Scheiß auf, ich brauche eine neue Munition Oh ne Das war ein Headcrap Oh ne Will ich das Kann ich irgendwas Ich konnte Ich konnte Ah, guck mal da Komm her Rudy Komm her Headcrap Headcrap Applied directly to the forehead Oh nein Mir gefä- Oh Will ich da hin Ist hier irgendwas Ne Will ich da hin Das Spiel ist gruselig Das Spiel ist Oh Ich hab keine Angst vor Headcrabs Ich hab keine Angst vor Headcrabs Machen wir mal die Tür zu Es ist jetzt Zeit für Vodka Ja genau Da stimme ich Dir zu Oh Shut the fuck up Shut the fuck up Du hast es gefunden Wahrscheinlich nur einer von uns Ich dachte gerade für einen kurzen Moment Dass Scherf mich erschrecken möchte wird. Ich kann das nicht. Ich kann nicht das WA-Spiel spielen und dann kommt jemand und das schreckt mich. Das will ich nicht. Wo ist das? Will ich hier sein? Ich will hier nicht sein. Das ist so ekelhaft. Guck. Äh. Äh. I. Alles macht hier Geräusche. Wirklich alles. Hallo. Böse. Ganz böse. Das nehme ich mit. Hi. Wuh. Hey. Wuh. Oh, das Ding lebt noch. Ah. Verreik in der Hölle. Du kleine Missgeburt. Weißt du was? Nur mal sicher zu gehen. Oh. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Warum komm jetzt. Ich hab den ersten Part wirklich an einer ganz guten Stelle beendet. Oh Gott. Ich hab Angst. Oh. Oh. Alles wird gut. Alles wird gut, Vasi-Tor. Alles wird gut. Beruhig dich. Streichel dein Bart. Ja, genau so. Alles wird gut. Alles wird sehr gut. Okay. Wir sind da. Wie nie manier. Was wie nie manier. Auf was soll ich denn achten. Ja, Achtung. Ja, was denn. Wirkot. Exit. Ja, guck mal. Es wird schon selbst übersetzt. Ich hab schon in den letzten Kommentaren geguckt. Die Leute sind glücklich, dass ich, äh, die Sachen hier von Russisch auf Deutsch übersetze. Deswegen... Achtung! Na was? Komm. Ja. Hi. Muss das... Muss das sein? Da ranste kleine... Drecktacke. Komm mal her. Wie viel Munition hab ich eigentlich? Ich hab nicht mal... Okay. Ich hab nicht mal so viel Munition mehr. Was mach ich denn? Wenn ich keine Munition mehr hab. Du kommst her. Komm her. Was mach ich, wenn ich keine Munition mehr habe? Komm, mach mal. Ja, wow. Das war so klar. Ey, komm mal runter. Was ist da drin? Oh. Gott. Ich hab noch genug Leben. Dich brauch ich nicht. Oh, die. Du siehst so fucking ekelhaft aus. Kommt, T-Bag. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. 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 Also, wenn ich... In dem Moment runtergehe, wenn ich... Oh. Okay. Oh. Okay. Geile Sache. Nicht geil. Komm mal her. Ist da was drin? Ne. Ich seh da etwas... Ui. Oh. Erstmal ein Bier vom Lager. Oh. 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 Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Was ist das? Uh. Warte. Ich hab hier doch irgendwo was gesehen. Aha. Komm mal her. Okay. Wo bist du? Hey, Brudi. Dong, dong, dong. Okay. Suchen wir erstmal die Sachen hier ein bisschen um. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh, scheiße. Da hinten ist es scheiße dunkel. Hi. Will ich da hin? Nein, ich will da nicht hin. Oh. Hallo. Äh. Was passiert gerade? Komm, gehen wir mal rein. Hi. Was geht? Brudi, wurdest gerackt? Du siehst nicht gut aus. Was hast du hier so schönes? What the fuck? Meine lieben Leute, sind wir wieder zurück und ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Steam VR-Brille meinte so... Ich stütze jetzt mal ab und deswegen ist meine Steam VR-Brille abgeschützt aus irgendeinem Grund und ich hab GTA San Andreas Flashbacks da durchbekommen, was natürlich nicht geil ist, ne? Und deswegen sind wir jetzt hier wieder stehen geblieben und sagen unserem Typen mal da hallo wieder, ne? Guck mal. Da ist er. Und gleich ist er nicht mehr. Wieso nur zwei Schuss? Manche halten schon ziemlich viel aus. Ist hier irgendwas? Nein. Aber da kann ich doch... Oh. Komm schon. Nein. Okay, da ist nichts. Äh. Aber hier ist doch bestimmt was. Nichts. 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 Ach komm. Als ob hier nichts ist. Ah, guck mal hier. Das können wir ja mitnehmen. Ups. Ah, ich kann nur... Wow. Ich kann nur eine Sache mal mitnehmen. Dann will ich lieber das hier mitnehmen. Sorry, Bro. Oh. Oh. Gluck, 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 gluck. Was ist das denn? Coca. Coca. Oh. Das ist die russische Cola. Nice. So, komm mal her. Mach mal Platzstuhl. Du gehst weg. Du gehst mir. Nice. Was steht denn hier? Warning. Tunnel closure. It's... Was? It's... Was? Tolt? Jolt? Okay. Alles klar... Oh, was haben wir denn hier? Das hier ist ein floppy Disk. Wir haben es immer Informationen auf dem. Mit Magneten, wenn man es glaubt. Huh. Spezifisch 2 Mikrometer Magnetik Iron Oxide. 3 Mikrometer Barium Ferrite. 1.2... Russell? Wie wissen Sie, was es ist? Ich leide es hier auf meinem Computer. Ich habe das Internet bevor der Krieg. Ist das dein Ernst? Du leidst das ganze Internet. Ja, die meisten davon. Nice. Ja, ja, es ist. Das ist eine fucking Floppy Disk. Ich dachte, jetzt kommt was richtig Interessantes. Nein. Die reden über die fucking Floppy Disk und ihre Geschichte. What the... What? Brauche ich das hier für irgendwas? Brauche ich... Brauche ich diese Floppy Disk? Das ist die Frage. Ich nehme die einfach mal mit, okay? Brauche ich... Ach, komm. Hier, Floppy Disk. Du bleibst jetzt da. Ich habe keine Ahnung, ob ich dich... Kann ich dich reinstecken? Nee, kann ich nicht. Du bleibst hier. Guck, was hier ist. Nein, das ist viel zu schwer. Kann ich nicht bewegen. Okay. Ey, du. Du hast mich so schön angeleuchert, aber du hast nichts. Oh, erst mal... So fühle ich mich gerade. Nach dem wunderschönen Absturz. Von meiner Viabrille aus irgendeinem Grund. Oh mein Gott, das sieht so gruselig aus. Wie gesagt, ich will hier nicht sein eigentlich. Okay. Das ist neu. Es sieht sehr komisch aus. Ich will mich, glaube ich, damit nicht anlegen. Also erst mal möchte ich gucken, was es hier so gibt, ne? Guck mal, ist da in dieser... Nein, geh weg. Ist da... Ist da was in dieser Box? Nein. Was? Combine for safety, ja genau. Oh, ja, 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 was haben wir denn da drin? Komm, Mama, weg. Du kommst her. Haben wir da irgendwas? Oh, ein altes Radio. Oder so eine richtige Boombox, Alter. Ich packe das jetzt so auf meine Schulter und dann gehe ich so... So Hardbass und dann wissen die, kommen bei Units, dass ich ein Russe bin und dass sie nicht mit mir anlegen sollen. Irgendwas Besonderes. Komm mal her. Nein? Nichts? Nee. Hi. Okay. Interessant. Oh, mein Kack-Eimer ist wieder da. Okay. Interessant. Oh mein Gott, was... Was... What the... Wieso spießt ihr so... Headcrabs hier so... Alla, was denn hier... Was... Was ist das? Ich will nicht hier sein. Oh. Was jetzt? Oh, ich muss irgendeinen Code hier machen. Oh, nee. Oh, nee. Warte, brauche ich mein... Scan, scan, scan nichts? Okay. Gehen wir mal hier runter und gucken uns mal die Sachen an. Vielleicht liegt ja hier irgendwas oder vielleicht sieht man ja irgendwo den G-Man. Anscheinend ja nicht. Komm mal her. Look, look. So, dann... Wuh. Springen wir mal hier hoch. Hallo. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus hier. Soll das die Geschichte der Combines darstellen. Oh, guck mal, da ist das Lambda-Zeichen. Soll das... Oh, ich sehe die Hand. Ich sehe die Brechstange. Wo ist meine Brechstange? Ich will auch eine fucking Brechstange haben. Äh... Mir gefällt das nicht. Wof das hier hinausläuft. Das ist... Das ist Gordon Freeman. Das ist Gordon Freeman. Das ist... Die Geschichte von Gordon Freeman, was er alles erlebt hat. Oder was er sozusagen erleben wird. Das zeigt wahrscheinlich die... Vergangenheit... Und, äh... Die Zukunft und was weiß ich. Weil das hier... Ist nämlich das Viech von Half-Life 1. Das sind die Viecher von Half-Life 1. Und das soll... Anscheinend Black Mesa hier sein und so. Und dann... Die Zukunft... Das ist der... G-Man... Keine Ahnung. Ist eine Vermutung. Aber ich glaube, ich weiß, was ich mit diesen Punkten machen muss. Weil jedes hat so ein Quadrat. Und ich muss halt die Punkte richtig setzen hier. Zum Beispiel... So... Ganz unten links. Und dann... Warte, ich... Ich muss jetzt mal was nachschauen. Wupp! Wupp! Okay. Das sollte... Hier sein... Und das sollte... Da sein. Und es funktioniert nicht. Probieren wir mal... Das... Komm. Komm. Ich weiß, du willst es auch... Okay, wir können es auch so machen. Zack. Und... Zack. Ich habe nämlich das Ding da ganz hinten genommen. Es hat anscheinend funktioniert. Okay. Nein, nein, nein. Juckt mich das! Nein! Ich gehe hier rein. Egal, was mir jeder sagt hier. Oh, oh, nein. Oh, oh, was war das denn? Was war das denn jetzt? Stehe ich überhaupt richtig? Ja, ich stehe... Oh, ich stehe tatsächlich richtig noch. So. Let's go down! Okay. Hi. Holy guacamole. Wow. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber das Spiel ist wirklich sehr viel mit Liebe gemacht worden hier. Ich frage mich, wie lange die an diesem Spiel hier saßen. Das sieht wirklich ziemlich nice aus. Hi. Oh, nein. Ich habe irgendwie das dümpfe Gefühl, als ob wir gleich den G-Man entgegenlaufen. Wenn ja, das ist ein Headcrap. Eindeutig. Aber wer hat das... Wer macht das? Ich laufe gleich sowas von in den G-Man rein hier. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Hi. Nichts. Da oben was? Okay. Okay. Da. Auch nichts. Hier ist nichts. Mann, Mann, Mann. Okay. G-Man. Knock, knock. Hello. Top, top. Okay. Dann gehen wir doch mal da runter. Flup. Okay. Ähm. Das sind aber schöne Fischis da oben. Wo bin ich hier gelandet? Das verwirrt mich. Warum sind die Untertitel rechts? Ich muss jetzt mal nach rechts gucken, um die Untertitel zu lesen. Okay, ich verstehe zwar, was die sagen, aber ich mache das extra für diejenigen, die nix Englisch und so, ne? So. Dong, dong. Knock, knock. Mach die Tür auf. Oh. Die, Alex Pans. Ja. Das bin ich. Ne, ich habe deine Nachrichten. Wartiger und was geht... Geh weg. Okay. Geh weg mit deinem... Geh weg mit deinem Scheiß-Headcrabs. Moment mal, ich, äh... Scheiße, ich kann nicht speichern. Ich wollte... Was ist eigentlich mit den Untertiteln los gerade? Warum sind die... Wieso sind die rechts auf einmal? So. Ich hoffe, das mit den Untertiteln ist jetzt geklärt hier, ne? Nick, knock. Ich bin wieder da. Lass mich dich mal genauer ansehen. Oh. Sehr süß. Das bin ich. Hi. Komm, die Headcrabs haben Angst. Was hat die... Was hat sogar die Headcrabs-Support oder was? Was? Oh mein Gott. Right, but I mean in general. Oh, eee! I have a brain injury. Was? I'm sorry, Dan. My brain is injured. That's terrible, and I hope... Look, I'm actually pretty busy looking for my father. The... Eli Vance. Eli Vance, yes. The Combine, yes. I really do need to get moving. The Combine, yes. Do not go yet. I will show you something. Look, I appreciate it. This way. I can't stick around, I... It is important. I know, I'm sure it is. The Alex Vance must go this way anyway. Okay. Uh-oh. Okay. Hahaha. Wie er da so rüberjumped. Yo, was machst du da? Ich wollt mir... Okay. Ach du was dass er das gemacht hat. Was machst du? Ähm. Okay. Ja. In Half-Life 1 wart ihr böse. Na? Ich will noch kurz was anmerken. Help. Like the Eli Vance. Oh. Du willst dass ich hier auch befreie? The Alex Vance will free them. Okay. I would help. I really would, but... The Alex Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. What? Russ? He will be. Is? Or will be? It is a matter of perspective. But Alex Vance alone cannot prevent his fate. I... Look. Thank you for everything, but... I really have to go. I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. The combine drilled here. I am severed from the Vortessence. I am alone in my head. That's so... That's so... That's so... That's so... That's so... That's so... If I can... If I run across your friends... I will see what I can do. You have saved my king. I... Haven't. Then you will. I won't have a gun. But my friend... This... This attack I know. Very well. What are you doing? A little Hokus pokus? Or what? Do you grind this here... Do you find your head crabs here to eat? But damn you look sexy on me. Oh my god. diese neue texturen vom wortiger und ja jetzt hast du ich wollte die kleinen dinge im leben hier was haben wir denn da drin ich kann es nicht nehmen so dass das schön hier zu sein mal gucken wie mein abenteuer weitergehen wird dankeschön für alles wortiger und ich werde versuchen meine kollegen zu retten okay dann los let's go okay was machst du ist das was machst du da man da wollte ich auch das nicht der hat mir ein herberg gegeben zum essen das ist nett will ich jetzt essen dankeschön für alles brudi man hört sich ich rufe dich später an whatsapp anrufen so ne ich bin zu groß für die welt hier ekelhaft ekelhaft okay ekelhaft ekelhaft alles ekelhaft schön ok roter geht's und ladevorgang also die story wird interessanter auf jeden fall und es macht wirklich spaß moin moin ist oder wird das ist hier die frage die spiel damit was an die spiel damit half life 2 episode 2 an wo er wenn es am ende dann stirbt ne wollte ich nur mal kurz so sagen ne da hat er gesagt er ist er ist tot oder wird sterben ist nun eine frage der perspektive alles klar okay wo ist es ich habe keine fleshlight nur okay das ist scheiße dunkel hier ne ich gehe hier hin hier ist es schön hell oh oh schöne leichen hier oh tote menschen tote kombines eher gesagt was das oh sehe ich mal an nur für den fall warning infestation control okay knock knock uaach iiii uaach iiii was ist das nein was ist das ist das ne okay was war das denn jetzt was sind das für headcrabs die sind ja komplett neu die sind ja noch ekelhafter aus als sonst oh die haben die haben ne panzerung jetzt verstehe ich was das ist das ist ne panzerung was sie da haben oh 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 die machen liebe vor mir damn doch nicht vor den kindern komm her damit weg jo bludi was geht lass mich kurz ja uaach okay was ist das denn was bei denen da so komisch leuchtet oh ich kann nur ich kann nur eine sache immer mitnehmen also kann ich das uaach kann ich nicht in mir rein schmerzen okay werde ich gleich wahrscheinlich aber brauchen wow oh 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 ist da was okay so mach dein mund ganz weit auf mit zeit die zähne zu putzen sehr schön sehr schön zähne sind sauber muß ich da rein ich hab das gefühlt als ob ich da rein muss hi jo könnt ihr mal kurz das mir euer ein schwachpunkt da zeigen ich würde das sehr früh schäden fuck das ist halt wirklich eine rüstung bei denen dort gut guck mal der dann liegt da so schön auf dem rücken die ganze zeit der kommt da nicht raus beim junge nice jo mach mal nochmal du siehst ekelhaft aus was sie sich mit irgendwas infiziert oder was ja komm spring ruhig jawohl so ist ver- ey come on knock knock hi fuck die drehen sich immer so schnell um hey 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 du ja genau du ah was ist dein scheiß problem wie viel munition hab ich eigentlich okay oh das hat so weh getan du kleines stück kacke ach komm verreckt doch dankeschön herrgott nochmal so jetzt kann ich doch oh oh zack zack ne kann ich nicht okay so hier ist was was ich brauche genau das so ist hier noch irgendwas schönes ekelhaft nur ärger auf dir rein damit hi oh that water god i met he did give me a head crab to eat oh great what did it taste like tell me how you- russell russell i didn't eat it right of course you didn't now that's that's the right decision russell warum willst du wissen wie ein head crab schmeckt weißt du diese viecher möchte ich nicht essen oh da gebe nicht lang wir gehen dann nach unten hin das sieht schöner aus hi hallo oh wow irgendwas schönes hier irgendwas im kackeimer nein okay los geht's oh hi guck mal her hallo hallo okay aber ich habe gerade gesehen der typ da oben an der oh oh das pulsiert okay nein ich geh weg okay ne ich bin raus ich bin raus nein okay der hat da was schönes in der hand ist er was ah guck mal da versteckt sich was hallo nimm die munition mit oh oh der zonbi hat eine schocker was schockern her damit dropp es dropp es dropp es dropp es wie es ist hart okay runter runter oh ein fahrrad dingen hier äh oh ach kick das nicht raus ah ne das muss da drin sein oder ne gar nicht komm mal raus nicht damn der hat eine shotgun die will ich haben das ist schön irgendwas muss das hier blockieren oh was ist damit nicht kann ich hier rein oh okay ich kann das nicht drehen ne ich kann das ich kann damit nicht interagieren ne ich kann das ich kann damit nicht interagieren eh wow 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 komm mal raus komm komm ey ja geht doch meine frit neiiiin komm 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 mal raus komm 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 Oh! Oh! Nice Sache! Ähm... Oh! Shotgun-Potron! Ähm... Oh! Du scheiße! Lass die Controller zurückschnitten! Wuh! Wuh! Geile Scheiße! Her damit! Ziel den... Oh! Oh! Rock'n Loaded! Baby! Oookay! Du sprich in Shotgun, Bitch! Wuh! Du sprich nach Shotgun! Wuh! Okay! Zeit für Plan B! Okay! Reloading! Nein! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Verdammt! Okay! Wir haben eine Shotgun! Nice Sache! Ganz ehrlich! Okay! Wuh! Sack! Wuh! Rock'n Loaded! Okay! Wir haben jetzt eine gottverdammte Shotgun! Oh! Okay! 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 Bevor wir da hingehen! Lass mich gucken, was hier so ist! Oh! Oh! Da geht es anscheinend weiter! Und was ist hier? Ui! Hallo! Oh nein! Oh nein! Toter Headcrap! Hallo! Wer damit! Wer hätte gedacht, dass wir so krass am Anfang gespielt, schon eine Shotgun bekommen werden? Darauf erstmal ein Wodka! Oder? Ja, komm! Darauf erstmal ein Bier vom Lager! sache und erst mal schön okay geil ich habe meine bärte wieder gefunden das doch mal ein triumph okay ich glaube da geht es wirklich weiter ich glaube ich gehe jetzt mal wirklich erst mal hier hin aber hier sind nur diese ich habe gerade kurz gedacht dass er mich hat ich habe gedacht dass er mich hat okay nein vergisst das wir gehen dahin wir haben die shotgun kommen ich will die doch mal sehen wo ist sie damit yes that's what i'm talking about nice geile sache schmeckt wenn ich das als schutzschild mitnehmen ist da was komm mal her gekauft versteckt sich da versteckt sich da was nichts hallo sind das etwa shotgun patron den nehme ich doch mal gerne mit danke okay wo die shotgun schmeckt mega hart und anscheinend hat die 4 schuss broding hi da bin yo was geht du springen shotgun was mit dir okay seid ihr ist hinter mir was warte ich wollte noch was machen ich wollte ein trickshot machen und du kommst nicht mehr hoch was mit dir kommen ja okay nein ich bin raus her mit der munition du kommst jetzt auch noch da aus dem loch raus so wieviel schuss habe ich noch drei schuss okay ich bin ich sollte wirklich sollte aufpassen mit der munition okay wir haben noch drei schluss das wird sogar angezeigt okay schocker munition muss man sehr sparen hier in diesem spiel aber es ist mega nice was haben wir denn da ok da geht's hoch hallo das gefällt mir nicht komm mal her es ist das ist das dann hier ein ziegelstein ok zurück 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 ich will nicht hier länger sein ich lasse das so gehen wir mal zum ohr Kröteren! Oh, hi! Nein! Warte, ich möchte mal was ausprobieren. Komm mal her! Komm her! Ich boxe dich jetzt! Bam 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 bam! Bist du tot? Okay. So. Was, was ich jetzt mit dir mache? Ich stecke dich da rein. Nein, bleib da drin. So, komm mal mit. Okay. Müll entsorgt. Hi. Ich brauche mein Multifun... Oh! Ich will zurück. Ich will zurück. Ich brauche mein Multifunktionswerkzeug. Und bumm! Zack! Hi! Was willst du... Oh! Hallo! Ja! Yes! Oh, nein! Yes! Wuhu! Nice! Okay. Hi! So! Ich habe 17 von diesen Dingern. So, steck mir mal die Pistole rein. Was kann ich machen? Nichts! Ich komme dann raus damit. Kann ich was mit der Shotgun machen? Laser Visier! Uh! Ja, komm! Ja, komm! Ja, will ich sagen. Ja, hier! 1... 2... Bitteschön! Und jetzt mach... Wuhu! Wuhu! Very, very nice! Okay. Her damit. Oh, that should come in handy. Oh! Oh! Zier den lade ich in meinen Patronen nachts. Okay? Reload... Oh! 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 Das ist sexy! Wuhu! Okay, das ist mega sexy! Holy shit! Ich... Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es! Okay. Ich sehe da hinten was. Oh! Oh! Du bist das also! Rein mit dir! Weißt du was mit dir passiert? Es tut mir leid, Brudi! Es tut mir leid! Es wird Zeit zu sterben! Über ihr ist mal ekel! Komm! Das zwickt! Nice! Okay! Dankeschön! Okay! Nein! Ich will die Pistole! Ist hier noch unten irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ich sehe nichts! Ich sehe noch eckerhafte Dinger hier rum! Oh! Bam, Junge! Geil! Ich will shotgun-Munition haben! Oh, guck mal! Da liegt ja auch noch was rum! Du musst wirklich hier bei der Umgebung aufpassen, dass du wirklich nichts verfehlst! Weil du kannst so leicht hier Sachen übersehen! Man muss wirklich sich konzentrieren und hier suchen! Oh! Von wo kommst du denn her? Und ich merke auch selber, dass VR-Spielen und dabei noch einen Kommentar zu machen auch auf Dauer ziemlich anstrengend sein kann sogar! Bam, Junge! Oh! Oh! Da war sogar Styropor drin! Wie schön! Hi! Oh! 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 in die Toronto fester sind immer was Gutes! Ha! Ja! war die junge okay hat nicht so gut geklappt ich dachte ich dachte es macht schon denn ich beruhig durch kommt mal her kommt mal kurz hier hin keine sorge hier ist nichts hier ist nichts was euch schaden machen kann okay kommt her ja noch ein stück noch ein stück wo mal was mit dir ja komm komm wir machen mal faustkampf okay ich kann kein faustkampf machen hey okay bevor wir da hochgehen wollte ich erst mal hier hochklettern irgendwas schönes irgendwas unter diesem eimer das sieht doch sehr so spisch aus ist irgendwas da nein was für eine enttäuschung du lebst ja noch ich dachte du wärst fucking rip die knabbern mich sogar an die waren an meinem fucking körper oh dieses spiel was ich lieber half life ne aber oh brudi oh das hat sich so komisch angefühlt oh gott gott im himmel ich brauch ein bisschen healing nice danke okay holy shit okay warte geht es da oben eigentlich weiter oder ich habe keine ahnung das blubbert und pulsiert alles hier doch eckerhaft oh nein nicht die shotgun muni oh hallo ne komm mal her muni du auch oh da ist die andere shotgun muni ich dachte die wäre runtergefallen okay komm mal her okay hier war nur munition 60 schuss was war das denn 60 schuss okay das ist auch komisch oh okay okay runter geht's dann gehen wir jetzt da weiter springen wir mal dahin den ganzen den ganzen den ganzen weg oh ne ich muss ich dachte ich dachte das nicht die ganze zeit machen mir wird schlecht okay da ist nichts der gute wort geil ist er noch eins okay oh hi dich habe ich nicht gesehen oh mein göttnis ich glaube ich brauche mein multifunktions werkzeug hier ah ja oh okay wo geht es weiter ja 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 oh shit ja okay hat das jetzt wieder power bekommen oder warte ich verstehe das jetzt gerade nicht oh 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 okay so ja zack nice 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 sache dope hi knock knock oh ich muss das mit beiden händen machen oh nein ich kann nicht mehr zurück oh man oh doch oh okay warte 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 chill spiel ich will gucken was da ist kann ich hier irgendwo ein pfad ist hier irgendwas ah guck mal hallo oh es ist es ist verschlossen shit shit okay 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 also wir nehmen das ach und gehen da drunter oh da lebt er noch jo warte mal brudi was geht was ist du in der haus kannst du schon ganz sprechen das testen wir jetzt aus ey hör auf zu schlagen nice jo brudi willst du auch sterben ah ah verrück in der hölle schön siehst du aus hallo oh nein oh krieg ich jetzt meine flashlight oder was oh aha oh shotgun money aha es gefällt mir nicht wo ich hier bin oh mein gott ih 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 was hier passiert es gefällt mir auch nicht dass hier überall munition rumliegt ih ih ne oh gib mal mir feste ich in der taschenlampe am gravitationshandschuh was hä ok oh oh ne oh hi oh gott das ganze ding sieht dadurch viel gruseliger aus why oh da drin lebt sogar was in seinem oh 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 das sind die ah ne das ist nur ne das sind die das ist ein fast headcrabs oh 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 chill 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 okay das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht dass die die verschiedenen headcrabsorten jetzt hier alle hintereinander jetzt hier kommen es gefällt mir nicht dass sie auch ja kot in tele doch ne settle das gefällt mir nicht dass die ganzen verschiedenen headcrabsorten jetzt hier alle auftauchen Es gefällt mir nicht, dass die Flashlight so ist. Oh, das macht das Ganze noch gruseliger hier. Oh nein. Oh nein. Holy shit. Zag bloß. Ich will keine Angst haben. Erzähl mir eine lustige Gute-Nacht-Geschichte. Eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Ich brauch ein Bier. Boah, geil. Bier vom Lager. Oh ja? Was? Oh! Oh! Nice! Das ist eigentlich nochmal ein special Feature. Mein Kackeimer. Oh, das brauch ich jetzt. Oh! Oh! Oh Gott. Dieses Spiel macht mich fertig. Okay, ich hab jetzt meinen Shortcut hier aus irgendeinem Grund. Warte mal, warte, warte mal. Ist hier irgendwas? Oi. Hi. Aha. Hm. Hm. Schmeckt's? Oh. 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 So ist das also connected miteinander. Ich verstehe. Was hat mir das jetzt gebracht, hier hinzukommen? Wo muss ich hin? Warte, ist hier was? Scan, 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 scan. Scan, scan, scan. Warte, warum bin ich eigentlich wieder hier? Muss ich das verstehen? Nee, ich verstehe das nicht. Wohin geht's, wo geht's weiter? Hey. Oh, hallo. Ich schätze mal, ich schätze mal, es geht da lang. Wenn schon Gegner spawnen auf dem Rückweg. Hey, hey. Oh, hi. Die normalen Headcups sind ja noch in Ordnung hier. Komm. Nice. Wie viel Munition habe ich? Okay. Was war das? Hey. Oh mein Gott. Warum kommen hier so viele auf einmal? Oh oh. Reloading. Warte, chill mal kurz. Chill! Du kannst aber weit springen, du kleinisch, du scheiße. Oh! Get wrecked! Noob! Sieben Schuss geht da rein. Nice! Neat! Okay, ich muss mal, glaube ich, ein bisschen mehr mit der Shotgun schießen hier. Hey! Oh nein. Was ist das? Huh! Reloading. Oh, hier muss ich... Oh, okay. Okay, Russ. Wir brauchen wirklich, dich wieder zu sprechen. Absolut. Absolut. Be specific. Um, before. What was life like before the combine? Ah, excellent. Alex, have you ever heard of a club sandwich? Uh, nope. Club sandwich? Right. To make a club sandwich, you need to start with bread. Not from a bread line, from a bakery across the street. Baked that day. Okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh. Then you add bacon. That's from an animal we used to call the pig. You toast the bread, and you put all that inside it. You guys had all that? That's insane. It is. And I'm not done. Then you add a second sandwich on top of the first one. You put ham in it, also from a text. We don't know how you make sandwiches, what do they eat? The turkey, and more tomatoes, more lettuce, and a bunch of other things I'm forgetting. It was six inches tall and weighed a pound, and he had a dozen ingredients from five different continents. There was a bunch of delicious food items you could imagine as well as any age before Al. Wow. I know, right? That is... Wow. Thanks, Russ. You're welcome, Alex. Wow. Oh Gott, ich hab' ich schon fast vergessen. Komm' mal her. Ja. Sie ist nach oben. Ja. Genau so. Richtig! Schönes Ding. Komm' mal her. Oh, darum ist was. Nice! die munitions dinger die leuchten ja alle hier okay mit zeit dass ich ein bisschen leben nachtanke hier kann ich nicht ich habe noch meine zuverlässige warte wie ging das denn noch mal war das nicht hier im bauch oder brust oder okay ich habe gerade keine ahnung da bist du doch lalala ich sehe munition wie habe ich das in verfehlt rein damit sehr schön jetzt den hebel ziehen hebel ziehen das pikst nur ein bisschen aber alles gut das fühlt sich sehr erfrischend an so ist sie wie viel munition habe ich jetzt okay ich habe wieder ein bisschen was aber da sehe ich was okay hi irgendwas schönes hier ich glaube das sollte ich lieber nicht trinken okay es ist dunkel und es gefällt du kannst du nicht zugewiesen also wenn es ja chill oh Sollte ich hier sein? Es ist dunkel. Es stinkt nach Pupukaka hier. Es gefällt mir nicht, wenn es nach Pupukaka steht. Oh! Was? Massive peaks. Ah, ist bestimmt Wasser. Oh, Leute. Hi. 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 Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Die ganze Brigade kommt ja hier an. Wie schmeckt ihr das? Wir können darüber reden. Ja, ich glaube nicht. Das sind die giftigen Headcrabs. Die sind... Oh, die... Die sehen ja noch schlimmer aus als vorher. Hey, aber es geht, Brudi. Ich habe noch was. Ich helfe dich. Ich habe ein Geschenk. Hier. Hier, was da... Bam, Junge. Get wrecked. Hi. Hey. Komm mal mit. Ich habe... Ich habe keine Angst, das zu benutzen. Okay. Du hast es nicht anders gewollt. Hallo? Bam, Junge. Okay. Wuh. Schöne Sache. Geht alles zu einem guten Sack. Oh, was sehe ich denn? Ah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nice Sache. Kann ich nachladen. Ne, es hat schon ein Maximum. Dann weiß ich Bescheid. Sieben Schuss. Schön. Eine schöne kleine Shotgun. Schöne kleine Bertha. Hallo? Hey. Okay. Ich sehe, dass ich die Pistole hier noch brauchen werde. Hallo? Huh! Du sprichst ein Shotgun! Das glaube ich... Oh Gott. Hey. Okay. Budi, du hast das nicht anders gewollt, ne? Bam, Junge. Jo, was geht? Bam! Schöne Sache. Schöne Sache. Weiter... Wuh! Hab ich das fallen lassen? Nein. Okay. Just in case. Just in... Aha! Bam! Oh! Okay, du hast noch ein paar Freunde mitgebracht. Komm mal her. Komm. Noch ein Stück. Warte. Bam! Okay. Geile Sache. Schöne Sache. So arbeitet man hier professionell an der ganzen Sache. Hey! Hey! Okay. Weg damit! Komm! Zack! 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 Pistole raus! Let's go! Hallo! Oh Gott! Ich hab ein Kapitel geschafft anscheinend. Oh Gott! Oh Gott! Ha! Okay! Das war Action! Das war viel Action jetzt! Das hat Spaß gemacht! Und vor allem die Berta, die ballert eh heftig deftig rein! Muss ich schon sagen! Okay Leute! Ich würde mal sagen, ich bände mal hier diesen Part. Ihr seht jetzt gerade wahrscheinlich in Game was, weil ich weiß jetzt nicht wie lange die Facecam jetzt nicht läuft, aber meine Kamera hat sich aus irgendeinem gut ausgeschaltet, obwohl ich da auf Aufnahme gedrückt habe. Ich glaube der Akku ist alle gegangen. Aber es hat mich gefeuert, dass ihr hier wart und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Part von Half-Life Alyx wieder. Tschüss Leute! Haut rein! Schaltet ein! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!